Girl, deine blauen Augen sind phänomenal. Kommt zu glauben, was ich dann so fühle, ist nicht mehr normal. Ich weiß doch genau, wie der Junge aussah, der diese blauen Augen hatte. Ja, da werden Erinnerungen wach. Ideal hieß die Band, die Blaue Augen 1982 rausbringt. Der erste große Erfolg der Kombo. Das ist gefährlich, das Leben ist gefährlich, zu viel gefühlt. Ideal war auch der Anfang der Deutschen Welle. Und das war eine wahre Antwort auf die New Wave aus England, wie ich finde. Michael hieß er, glaube ich. In zwei der Fäden, da schlau ich ein. Ich will auch nicht in London sein. Bei Sex and Rocks and Rock'n'Rome. Ist das Maß an Stumpf, weil ich voll, da bleib ich kühn. Kein Gefühl. Der ganze Hustle um die Knete. Macht mich taub und stumm. Für den halben Luxus leg ich mich nicht krumm. Die Humpe. Dieses Genie. Bis heute, bis heute unerreicht. Gott sei Dank auch wirklich anerkannt und geehrt jetzt in den letzten Zeiten. Natürlich bis heute eine klasse Physik. Ich war ganz klein. Und das war noch so, ob der mich mal küsst. Super. Ich will nochmal 14 sein.